JCC Gruppe B auf Bewertung von Julien und es geht los warum wurde genau dieses in Trampessen bewertet warum wir sind bei Gruppe B der Corona Cypher und auf Platz 4 haben wir Donny42 ja war zu erwarten war auch bei mir letzter aber schade um die ganzen Dislikes Donny42 ist leider hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben aber an und für sich hat er einen recht guten Beat leider nicht den besten und er hat eine gute Zeile Hase im Haus wie der Wendler Laura war ein Playboy ist also ein Playboy Bunny beziehungsweise Hase warte was ist doch vor kurzem als 18 geworden oder ne das kannst du mir einfach nicht erklären also sowas ist einfach Panik nein sorry aber geht gar nicht das geht einfach gar nicht wie er sich den Flow gedacht hat ist auch nicht schlecht Technik ist auch nicht schlecht das Problem bei Donny42 ist einfach dass er nicht genug Power und Routine an den Tag Ok eins ist klar der Wendler ist der größte Bastard auf Erden Es fehlt einfach an Confidence Sauberkeit und Ausdruck es ist mir unheimlich schwer gefallen bei ihm etwas zu finden bei dem er am besten abgeliefert hat diese Woche aber ich hab's geschafft und es gibt etwas das Video ist im Keller gedreht also gibt es 10% für den authentischsten Corona Isolations Flavor ansonsten muss Donny42 für das nächste Turnier noch einige Shippen drauf legen und dann sehen wir auch ihn womöglich nochmal wieder Ich hab ich hab ich hab all mein Gras weggeraucht baller den Sound es ist atemberaubend Hip Hop lebt er und ich hole ihm die Eins alles was ich dafür brauche sind die Strophen die ich Schade dass es nicht so spannend war wie letzte Woche Auf Platz 3 haben wir Antti er hat die beste Line diese Woche mit einem Bein im Knast so wie Herschel Green Wer The Walking Dead gesehen hat wird mir hier zustimmen wer The Walking Dead nicht gesehen hat der sollte das unbedingt nachholen und kann mir dann zustimmen Ruft an ganz ehrlich ruft an das ist ne Fotze Nein ruft nicht an tut es nicht Aber 41 Downloads das sind schon einige wenn man's mit Stansory vergleicht War straight und genial Antti hat den besten Oldschool Flavor diese Woche er bringt Kopfnicker Shit in einer Zeit in der Kopfnicker Shit so gut wie ausgestorben ist Und weil sich so viele darüber aufgeregt haben dass ich letzte Woche das beste Video der Woche gekrönt habe Antti hat so ziemlich das schlechteste Video das es jemals auf diesem Kanal gegeben hat Die Bildqualität sorgt für absoluten Augenkrebs Also 10% für den besten Augenkrebs diese Woche Die Videoqualität ist so dermaßen schlecht dass das Thumbnail aus dem Video das für iTunes, Spotify etc. gedacht war Es nicht durch die Qualitätskontrolle geschafft hat Und ich ein schnell improvisiertes Thumbnail benutzen musste damit er überhaupt die Möglichkeit hat Download Likes zu generieren Antti hat die beste Technik diese Woche Mannschaft in meinem Rücken anfange zu spitten Baba Hases Bliffen Amjas am Ermitteln Straftaten verwickelt Kannst du Loser Texte durch den Sprachcomputer rappen Absolut stabil was er hier abliefert Außerdem hat er den verständlichsten Double Time diese Woche Jede Silbe ist klar und deutlich verständlich Wenn man Double Time benutzt Dann ist genau das das Level an Verständlichkeit das angemessen ist MySap Wenn es ausschließlich nach mir geht Okay Naja Gibt aber deutlich schlimmere als MySap Maestro Würde dann wäre Antti unter den beiden fürs Achtelfinale Aber es geht nicht ausschließlich nach mir Und ich bin etwas überrascht dass Antti uns jetzt schon verlässt Denn wir verlieren hier gerade einen richtig guten Rapper Die Blintheit ist die Monotonie im Morgen des Betrachters Du siehst nichts brauchbares Schau Weil du es tausendmal gemacht hast Kommen wir zu Keiji Und wie schon in der Quali liegt er einen sehr exotischen Flow an den Tag Das wirkt alles sehr eigen und nicht so als hätte er das irgendwo nachgemacht Wie es bei vielen, vielen, vielen allen Rappern der Fall ist Er rattet das relativ schnell an ein paar Silben in den Beat Und wird dann etwas langsamer und geht dann mit der Stimme etwas höher und sanfter auf den Beat ein Ob man seine Stimmfarbe mag oder sich mit dem Inhalt identifizieren kann es jedem selbst überlassen Aber Keiji ist alles andere als Standard Und hat den exotischsten Flow diese Woche Es gab Kritik wegen den 10% extra für das Video bei Bonnie letzte Woche Weil das in der Corona-Sive eigentlich egal ist Gut für das beste Video soll man aber schon belohnt werden Für ein krasses Video Und was soll ich jetzt eurer Meinung nach machen? Das komplett ignorieren? Meinen Schwanz rausholen und auf die gute Arbeit des Videoproduzenten draufpissen? Es ist ja nicht so, dass die anderen nicht auch 50% Bonus erreichen können mit einem schlechten Video 10% für das beste Video nehmen niemandem mit einem schlechten Video 10% die auf einem anderen Weg erreicht werden könnten weg Aber Keiji hat auch gut Downloads bekommen Auch kein Standard Denn er verfolgt keine klare Linie Er ist hin und her gerissen und nicht straight Er offenbart seine Unsicherheit Bin ich gerade nicht tot? Er schießt mich los Ich will's nicht so sehr Doch bitte kill mich noch nicht Wer will schon entscheiden? Ich habe keine Ahnung Das wird alles absolut konfus, verwirrt und zerrissen Als hätte er einen echten Struggle mit seiner geistigen Gesundheit zu überwinden Er meint, dass Borderline kickt und er mental Hilfe braucht Also ist das wahrscheinlich Borderline-Rap, was Keiji hier präsentiert Sehr schwer nachzuvollziehen, aber man kann seinen Struggle fühlen Ob das gut oder schlecht ist, muss jeder für sich selbst entscheiden Es ist definitiv unkonventionell Also 10% für die unkonventionellste Darbietung diese Woche 10% für den heftigsten Style diese Woche Deeper, verstörender, konfuser, verwirrter Inhalt als Stylebombe Natürlich kenne ich Keiji nicht persönlich und kann das dementsprechend absolut nicht beurteilen Aber ich glaube ihm, was er rappt Dass seine Probleme und Struggles echt sind und nicht nur ein Image Ich vermute, dass es sich bei Keijis Runde um den realsten Track diese Woche handelt Also noch 10% für die Realness Er gibt definitiv am meisten von sich Preis und wirkt am authentischsten diese Woche Für mich bringt Keiji das Highlight der Woche Dein Cock ist am Zittern, weil du weißt, dass du verlierst Deshalb sing ich euch wichsen die geilste Hook dieses Turniers Und die Gay Butters Gay Butters bringt das beste Entertainment-Paket diese Woche Aber aus musikalischer Sicht ist das nicht wirklich der Übershit Im Vergleich zu seiner Quali fehlt mir hier der Hörgenuss und der Wiederhörfaktor Mit Sensory hat er zwar das beste und überraschendste Feature am Start Trotzdem wäre hier, wenn es ausschließlich nach mir gehen würde Endstation für Gay Butters und Anti wäre weiter Ich hoffe einfach mal, dass Gay Butters nächste Runde wieder zu der musikalischen Stärke seiner Qualifikation zurückfindet Hier nochmal die Platzierungen auf einen Blick Gleich um 18 Uhr kommt Gruppe C Und das sind Tommy Köln, Jasper, Romina und MySap Und das ist diesmal eine komplett starke Gruppe Ja gut, dann sehen wir uns bei Gruppe C wieder Ja gut, dann sehen wir uns bei RaME Ja gut, dann sehen wir uns bei Gibителя